Baron Gaspard Gurgaut war ein französischer General. Biografie Gurgaut wurde 1801 Leutnant und nahm dann an den Feldzügen von 1805, 1806 und 1807 teil. 1808 ging er nach Spanien und zeichnete sich vor Saragossa aus. Im Krieg 1809 gegen Österreich tat er sich bei Eckmühl und bei Wagram hervor. 1811 wurde Gurgaut zu einer Erkundung nach Danzig gesendet. In Folge seines ausgezeichneten Berichts machte ihn Napoleon zu seinem Ordnanzoffizier. Als solcher nahm Gurgaut am russischen Feldzug von 1812 teil, zeichnete sich 1813 bei Leipzig aus und rettete bei Brienne dem Kaiser das Leben. Nach Napoleons Abdankung schloss sich Gurgaut den Bourbonen an, trat aber nach der Rückkehr Napoleons wieder zu diesem über, dessen Generaladjutant er dann wurde. Er begleitete Napoleon auch nach St. Helena, kehrte aber nach einigen Jahren nach England zurück. Dort veröffentlichte er La Campagne d'1815, wodurch er sich das Missfallen Wellington zuzog, sodass er England verlassen musste. Er ging nach Cookhaven und erhielt erst 1821 die Erlaubnis, wieder nach Frankreich zurückzukehren. Gurgaut gab mit Mont-Holon die Memoirs pour servirales Trois de France-Sous-Napoleon, Icret sa Saint-Hélène sous la dictée de l'Empereur heraus. 1830 trat Gurgaut wieder in den aktiven Dienst und wurde Kommandant der Artillerie von Paris. 1832 machte ihn Louis-Philippe zu seinem Adjutanten. 1835 wurde Gurgaut zum Generalleutnant befördert. 1840 war er Mitglied der Kommission, die Napoleons Überreste von St. Helena nach Frankreich zurückbrachte. Im folgenden Jahr wurde er in die Peskammer aufgenommen. Nach der Februar-Revolution 1848 wurde Gurgaut in den Ruhestand versetzt und 1849 in die gesetzgebende Versammlung gewählt. Das Pat Gurgaut starb am 25. Juli 1852 in Paris. Er ist auf dem Friedhof Père-Lachaise begraben.